Herzlich willkommen zurück zu Tropico 5. Ja, hier sehen wir, es gibt Leute, die leben hier auf den Hinterhöfen unserer Rum-Distillerie. Schön ist das hier nicht, zwischen den Apartments und den Paletten zu wohnen, aber so ist es halt hier auf Tropico. Trotzdem haben wir 77% Zustimmung. Unser Ziel ist es, Uran zu exportieren. Das sollte eigentlich dann auch langsam mal losgehen, dachte ich. Die Mine sollte ja wohl fertig sein. Uranbergwerk, jawohl, Uranausgang 200 liegen dort. Sollte dann also bald eigentlich dann auch mal abgeholt werden. Hier haben wir noch keinen Strom, das sollte dann mal erledigt werden, wenn das Gezeitenkraftwerk irgendwann mal fertig ist. Das geht hier aber fröhlich weiter, sehr schön. Und wir sollten ein neues Forschungslabor bauen. Und ich muss ja gestehen, ich hatte wieder eine neue, habe jetzt wieder eine neue Aufnahmesession begonnen. Und da weiß ich jetzt nicht genau, ob wir das schon hatten oder nicht. Da kommt wieder ein Flugzeug angeflogen. Habe ich das Forschungsgebäude schon hingesetzt. Ich bin ja auch schon wieder, so, ich muss das hier ausrichten. Ich kann sonst nicht arbeiten. Forschungslabor. Ich meine, wir hätten schon eins gesetzt. Aber ich hätte natürlich auch eben mal gucken können. Aber es sieht nicht danach aus. Ich sehe es gerade nicht. Dann brauchen wir noch ein Forschungslabor. Forschungslabor braucht 110 Strom. Verbessert die Effizienz von Gebäuden in der Nähe. Okay, 110 Strom ist kein Problem. Anderer wissenschaftlicher Gebäude. Hümpf. Hatte ich hier nicht auch mal Observatorium. Hatte ich hier stehen. Das heißt, ich müsste es eigentlich hier noch irgendwie mit reinsetzen. Aber ich fürchte fast. Und eben das Terrain. Wie nah muss es denn sein? Dann würde ich ja fast die Recyclinganlage abreißen. Aber eigentlich ist das auch nichts in der Sache. Nee. Dann gründen wir hier so ein neues Forschungszentrum, würde ich sagen. Dann kommt das mal. Hier ist ja mehr so Militär. Mal hier so hin. Was ist hier los? Kleiner Laden. Keine Anbindung zur Straße. Welcher Eumel hat den denn so da platziert? Das ist doch völliger Mumpitz. Den müssen wir abreißen. Den müssen wir abreißen. Und dann setzen wir da noch einen Supermarkt hin, würde ich sagen. Braucht natürlich Strom. Aber das macht ja nichts. Ach, hier haben wir ja auch schon einen Supermarkt. Naja. Man kann hier genug Essen haben. Die Frage ist natürlich, habe ich auch die Verordnung gemacht? Extraration. Erlassen. Hm. Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht. Dann kümmern wir uns da jetzt drum. Nichts ist umsonst. Nein, nein, nein. Baugenehmigung ist vielleicht gar nicht so schlecht. Wenn wir da mal wieder ein bisschen was aufs Konto schmeißen. Auch wenn ich es irgendwie so gar nicht benutze. Vermögenssteuer brauchen wir nicht. Dann was haben wir hier? Ach, wir sind tatsächlich schon in der Neuzeit. Ist dann auch die Quest und die Kampagne dann schon bald durch? Die Effizienz steigt um fünf Punkte. Die Kriminalität. Und das ist richtig gut. Ach, die schließt alle rum. Die Dostellerie. Nö. Nö. Bildungsprogramm erhöht die Effizienz. Monatliche Unterhaltskosten. 100 Dollar für jede Highschool oder Universität. Das finde ich besser. Wenn wir hier nochmal ein bisschen Sozialversicherung machen. Ja, diese Sachen vergesse ich ja immer. Fracking. Wirkt bei den Ressourcen. In noch nicht erschöpftem Öl. Wäre eigentlich auch nicht so schlecht. Das ist auch nichts in der Sache. Ekologisches Gutachten ist derzeit aktiv. Okay. Mülltrennung. Ja, klar. Mülltrennung ist doch super. Sensibilitätstraining. Alle Polizei und Militärgebäude verringern die Freiheit weniger stark. Die Kosten hängen von der Anzahl der Polizisten und Soldaten ab. Ja, nee. Das machen wir nicht. Da haben wir nämlich ganz schön viele von. Gleichgeschlechtliche Ehen. Unruhen nebenzu. Freiheit und Tourismus steigt. Ja, komm. Neue Gesetze erlauben jetzt gleichgeschlechtliche Ehen. Dann gibt es bestimmt auch bald Ehen zwischen Menschen und Tieren und zwischen mehr als zwei Personen. Ich bin dafür. Denn jetzt kann ich endlich alle meine Freunde heiraten. Und dann gehören sie mir ganz allein. Und ich kann meinen Tukan mit meinem Schoß Alligator Alex vermählen. Alle klinischen Krankenhäuser erzeugen Forschungspunkte, aber ihr Budget steigt. Das ist auch ganz schön viel. Weil die Bürger benötigen weniger Nahrung. Kostet pro Monat 200. Das könnte man ja auch fast mal nehmen. Ja, das machen wir mal. Es scheint, als hätten einige Leute Probleme damit, dass wir genmanipuliertes Getreide anbauen. Sie würden uns lieber dünn, schön und unterernährt sehen. Meiner Meinung nach sollte uns das nicht stören. Wenn jemandem deswegen ein zweiter Kopf wächst, führen wir ihn einfach im Zirkus vor. So, jetzt haben wir da mal ein bisschen ausgegeben. Das wollte ich nicht. So, und wann wird denn hier endlich mal Uran exportiert? Hier haben wir ja noch einen Hafen. Nächstes Schiff 0 von 6. Also wenn jetzt hier gleich das... Ach, da ist es ja schon. Da hoffe ich, dass jetzt schon Uran hier im Hafen ist. Bitte. Oh, da möchte ich jetzt eine steigende Zahl sehen. Jawohl, 520. Das dauert also noch ein bisschen, bis wir da auf 20.000 kommen. Aber ich sehe jetzt halt auch nicht, wie wir das ändern könnten. Oh, und das Gezeitenkraftwerk ist gebaut. Sehr schön. Das heißt, unsere Schmuckfabrik hat Strom. Und hier arbeitet keiner. Warum arbeitet hier keiner? Wahrscheinlich, weil sie da nichts zu tun hatten. Goldausgang 369. Äh, 396. Ich werde hier mal 1, 2 Gastarbeiter einladen. Einfach, dass dann da mal wer arbeitet. Äh, der Supermarkt ist nicht im Strombereich. Na, herzlichen Glückwunsch. Infrastruktur, Umspannwerk. Und dann kommt da noch ein Umspannwerk hin. Da sollten wir vielleicht auch hohe Priorität machen. Ich glaube, hier brauchen wir generell noch so einen Vorpark. Doch das Öl ist generell voll. Transportbüro. Wir brauchen hier dringend noch ein Transportbüro. So rum. Ach nee, das könnt ihr auch bauen. Das ist kein Problem. So dringend brauchen wir es ja nicht. Aber wir brauchen es. Da kamen wieder ein paar Touristen an. Okay. Geld sieht derzeit ganz gut aus. Aber Uran sehe ich noch schwarz aus. Da wäre die andere Insel besser gewesen. Ich kann noch mal gucken, ob hier noch mal irgendwo eine Uranmine ist, die wir noch nicht... Aha. La 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 la. Wieso habe ich die letztes Mal nicht gesehen? Ei, 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 ei. Es hätte mich jetzt auch gewundert, wenn wir hier nur eine gehabt hätten. Da wäre hier vielleicht noch eine Uranmine, die ich vergessen habe. Nein, hier haben wir Bauxite. Ich glaube, da machen wir mal eben schnellen Bau, dass das hier mal vorangeht. Und Pling, Pling. Jetzt geht es aber rund hier. Moment, altes Haus. Wussten Sie, dass die EU gewaltige Zuschüsse für Ökostrom vergibt? Eigentlich liegt Tropico nicht in der EU, aber dieses kleine Detail kann man doch getrost ignorieren. Herr Präsident, zum ersten Mal. Mal spüre ich den Durst nach Wissen so sehr, dass ich tagelang davon trinken könnte. Jetzt weiß ich, wie ich mit P statt mit XXX unterschreiben kann. Je mehr Menschen, so wie wir auf Tropico auf dem Weg der Erkenntnis sind, umso mehr werden wir über das Universum lernen. Erlassen Sie die Verordnung globaler Forschungsdrang und wir bekommen plus zehn Globalisiererbeziehungen. Nehmen wir das doch... Komm, wir machen das jetzt doch hier. Hier sind ja so viele in Verordnungen hier gewesen. Da können wir hier auch noch den globaler Forschungsdrang... Wo ist der denn? Impfprogramm. Das Impfprogramm dauert zwei Jahre, steigt die Effizienz, Gesundheitsversorgung, Klinikumkrankheit und sind weniger Todesfolge. Das ist gar nicht schlecht, aber ganz schön teuer. Aber ich finde jetzt gerade nicht den globalen Forschungsdrang. Oder ist das Stammzellenforschung? Nö, eigentlich ja nicht. Globaler Forschungsdrang. Da nicht. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ne. Entschuldigung, aber. Kann ich nicht. Ich kann keine Verordnung erlassen, die es nicht gibt. Vielleicht war ich auch wieder blind. Will ich ja auch nicht aus... Nicht abstreiten. So, Windfarm. Ich nehme mal an, da wo es grün ist, geht es am besten. Aber hier ist alles... Anni, gelb ist wahrscheinlich einfach nur, wo wir Strom haben. Dann würde ich hier noch einen hinsetzen. Denn hier ist der Strom ja gelb. Und dann können wir es vielleicht hier irgendwie noch verbinden. Dann setzen wir die tatsächlich hier so in die Ecke. Dann können wir da noch da den Strom verbessern. Und dann sind wir vielleicht sogar schon drin. Das wäre gar nicht so verkehrt. So, und da wir das Zeitlimit haben, hohe Priorität. Wenn wir jetzt hier sind, wie sieht es hier aus? 57% sind fertig. Wahrscheinlich sind die Ressourcen jetzt erstmal hier. In der neuen Windfarm. Oh, da haben wir aber echt nicht viel Zeit. Die neueste Bedrohung unserer Pläne? Ökoaktivisten. Sie protestieren für gewöhnlich gegen Kinkalitzien wie die Lagerung von Uranerz in offenen Behältern. Doch unsere Pläne für den ausgiebigen Uranabbau haben sie vollends verstört. Und nun ergreifen sie drastische Maßnahmen. Ökoaktivisten organisieren Streiks auf der ganzen Insel. Jetzt wird in der Zuckerrohrplantage gestreikt. Na, herzlichen Glückwunsch. Ja, können wir machen, das ist kein Problem. Ich nehme natürlich den und wir können auch Familienmitglieder gehen. Und wir müssten ihn doch bestimmt hier schon Stufe aufsteigen lassen. Und ich wüsste jetzt halt... Oh, das habe ich eben Angst. Und ich wüsste jetzt halt auch nicht, warum wir das ändern sollten. So, was haben wir hier? Kabaratpräsident, ich bringe schlechte Neuigkeiten. Meine Kameraden Umweltschützer haben einen sorgsam ersonnenen imperialistischen Plan entdeckt, um Tropikos seltene Pelzforelle auszurotten. Einst wimmelte es an den Ufern nur so vor Pelzforellen und die Menschen lebten in Harmonie mit ihnen. Doch, wann haben sie zuletzt eine gesehen? Ich glaube, das hatten wir schon mal. Das kommt mir sehr bekannt vor. Und nein, ich werde nicht nur auf zwei Fabriken reduzieren. Wie sollen wir denn so zu Geld kommen? Das könnt ihr mal ganz schön knicken. So, das schaffen wir auf jeden Fall. 99 und zack, 100. Willkommen beim Belohnungszentrum der Europäischen Union. Dieses Gespräch wird aus Qualitätssicherungsgründen aufgezeichnet. Wählen Sie bitte die Belohnung, die Sie sich holen möchten. Drücken Sie 1 für Öko-Zuschüsse, 20.000 in die Staatskasse. Drücken Sie 2 für Öko-Unterstützer, 30 Einwanderer. Drücken Sie 3 für Öko-Rasen, 10 kostenlose Häuser. Oder drücken Sie 4, um ein persönliches Öko-Geschenk zu erhalten, plus 10.000. Auf die Schweizer Bank. Wir nehmen die 10 kostenlosen Häuser. Das ist doch eine super Sache hier im Wahlkampf, 10 neue Häuser zu bauen. Ach so, das zählt dann aber auch wirklich nur als Haus. 10 Stück. Wir werden hier oben mal so ein paar hinsetzen. Aber hier haben wir, glaube ich, gar nicht so das große Problem. Trotzdem mal so 1, 2. 1, 2, okay, mit Shift war es nicht. Mit irgendeiner Taste konnte man das, glaube ich, auch noch machen. Oh ja, und hier sind die Hütten weg. Sehr cool. 1, ging das beim Vierer nicht? 3, dann können wir hier nochmal ein paar machen. Da ist noch Platz. Da ist noch Platz. Das habe ich nicht mitgezählt. Also nicht mehr mitgezählt als eben. Da ist noch Platz. Die kann man hier zu schön nochmal zwischenquetschen. Das ist gar nicht so verkehrt. Jetzt kostet das nächste. Okay, 10 Häuser. Das ist doch eine coole Sache. So, wann ist hier mal Schluss mit Streiken? Jetzt. Gut. Das kostet 10.000. Ich weiß gar nicht, aber irgendwann hören sie, glaube ich, auch auf. Hier können wir das leider nicht. Dann würde ich sagen, wir bauen einfach noch eine Windfarm. Das finde ich ja fast sinnvoller als... Dann müsste es nämlich passen. Das ist besser als einfach nur so ein Ding da hinzusetzen. Oder so ein... Äh... Was ist da abgerissen worden? Präsident, Bildung ist wichtig. Warum schauen Sie mich an? Wer weiß, wo ich heute wäre, wenn ich nicht von der... auf einer der besten Universitäten der Welt gegangen wäre? Okay, wir können wieder jemanden wegschicken. Das hatten wir schon mal. Ich glaube, wir gehen diesmal... nach Harvard. Und... Almudena. Was für ein Name. Darf sich auf den Weg machen. Uran geht langsam aber sicher voran. Nur noch 68 Prozent. Hallo? Was ist denn da los? Was ist denn das Problem? Wohnraum, haben wir ein bisschen was gemacht. Gesundheitsversorgung. Immer noch Gesundheitsversorgung. Dann müssen wir wohl noch ein Krankenhaus bauen. Hilft ja nichts. Dann kommt hier nochmal ein Krankenhaus hin. Dann, wenn Wohnraum immer noch so ein großes Problem ist. Das kann ich mir, ehrlich gesagt, gar nicht mehr so vorstellen. Oder ist es nicht mehr die Masse, sondern jetzt die Klasse, die fehlt. Das kann auch sein. Dann können wir sagen, okay... Naja, Elektrizifizierung geht nicht, weil wir nicht genug Strom haben. Aber hier haben wir, glaube ich, Strom. Nicht genug Strom. Hier können wir das machen. Ach, hier haben wir sogar schon. Ah, okay. Da geht's auch. Da ist wieder ein Christ. Herr Präsident, es scheint so, als ob Ökostrom in ganz Europa populär wäre. Wir müssen mitmachen und so tun, als wären wir auch auf Ökostrom. Wie Sie sicher bereits bemerkt haben, ist Gelb der natürliche Feind von Grün. Und Rot ist noch schlechter. Zum Glück gibt es eine Möglichkeit, gegen Rot und Gelb zu kämpfen. Die Recyclinganlage. Der Kampf gegen die Verschmutzung ist eigentlich eine fruchtlose Arbeit. Wir sollten den Kampf aber unterstützen, da wir dieses Mal Geld von der EU bekommen. Besitzen Sie drei Recyclinganlagen. Ja, super. Machen wir doch. Denn wir haben ja schon drei Recyclinganlagen. Willkommen beim Belohnungszentrum der Europäischen Union. Dieses Gespräch wird aus Qualitätssicherungsgründen aufgezeichnet. Ich glaube, wir nehmen dieses Mal die beiden kostenlosen Wildfarben. Hätte ich ja die eben gar nicht bauen müssen. Nummer eins. Hier kommt... Ja, können Sie es hier nicht machen, weil wir nicht genug Strom haben. Okay. Ich setze einfach hier nochmal eben eine hin, damit wir dann auch hier definitiv das abgedeckt haben. Und dann setze ich... Hier ist eigentlich überall Strom verfügbar. Hier so am Strand sieht doch eigentlich ganz nett aus. Ich überrasche auch, dass der Vulkan noch kein einziges Mal ausgebrochen ist. Wird mit Sicherheit auch noch passieren. Ansonsten, die Wahl sieht ganz gut aus. Ist das Krankenhaus schon gebaut worden eigentlich? Ach, brauchen wir nicht. Wir sind zwar... Fallen. Gebäude abgerissen. Öl-Porturm. Hunderttausend heulende Höllenhunde, Präsidenten. Wir haben eine Krise und müssen schnell handeln. Das Mitglied ihrer Dynastie ist bei seiner Universität auf ein kleines Problem gestoßen. Nach einer Nacht erfüllt von fleißigem Lernen hat er den Kopf der Statue eines Universitätsschutzherren gestohlen. Das gesamte Fußballteam belästigt, das Auto des Dekans vom Dach gefahren und umgekippt. Sowie das ganze Wasser des Pools ausgedrungen. Ich glaube, das hatten wir auch noch. Und wir machen die Schmiergelder und die müssen wir dann auch bezahlen. Das Wahlergebnis ist da. Oh, 68 Prozent. Wir kaufen die Streikenden und wir können hier tatsächlich mal automatisieren. Sehr schön. Dann brauchen wir nicht mehr so viele Arbeiter. Oh ja, und Gesteinsbrecher. Und wir sollten vielleicht auch nochmal Fracking erlassen. Verordnungen. Wo haben wir denn Fracking? Können wir nicht. Ah, wir haben komplett kein Öl mehr. Autsch. Herr Präsident, wir sollen eine Rede auf der European Environment Expo halten. Das ist die perfekte Gelegenheit, mehr Ökogelder aus der EU zu pressen. Die European Environment Expo, kurz E3, ich bin mir nicht so sicher, ob das E3 ist, ist bekannt für ihre wilden Partys und Bierluder. Es ist auch der perfekte Ort für Politik hinter den Kulissen. Ich habe ein Treffen mit Familie van Hoef arrangiert, um weitere Öko-Zuschüsse für Tropico zu besprechen. Wer soll unser Vertreter von Tropico sein? Ein Familienmitglied, das wird dann wohl Tadeo. Und an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich bin mal gespannt, wo das noch hinführt. Gucken, Uran sind wir jetzt langsam dabei. Streiks nerven, aber die hören ja hoffentlich dann auch bald auf. Und dann schauen wir mal, was uns das weitere Spiel noch bringt. Ich bin auch gespannt, also wir sind dann jetzt ja schon in der Neuzeit, ob das tatsächlich schon die vorletzte Quest ist. Aber danach haben wir ja immer noch die Erweiterung. Also bis dahin, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ich bin auch gespannt, also wir sehen uns beim nächsten Mal.